Marc auf die 1. Ja, aber ich muss es hier nochmal hervorheben. Viele Influencer werden auf Instagram angeschrieben, hey, wenn du es jetzt mal in Köln bist, sag Bescheid und mich bitte zum Beispiel, okay? Das ist wirklich viel. Das ist einfach so, dass dann da die Frauen irgendwie auf die Reichweite stehen, die gutaussehenden finden und dann gibt es viele Angebote. Und viele nehmen das an. So, dass dann hier, okay, hier habe ich nächstes Mal was, wenn ich in Köln bin. Hier habe ich nächstes Mal was, wenn ich in Düsseldorf bin. Hier, da habe ich drei Kontakte in Hamburg. Da ist es in Köln. So, okay? Das ist crazy. Okay? Da gibt es viele. Aber das macht Marc nicht. Wir gehen ganz normal mit Marc feiern. Halloween-Party oder sonst wo, irgendwo. Er nutzt es halt fast nie. Und er findet da jemanden gut. Und dann kriegt er flirty Blicke rübergeschmissen. Und dann sagt er, nein, ich feiere jetzt hier mit meinen Jungs. Wir gehen jetzt nicht nach Hause kurz. Höchstens vielleicht ab 5, wenn die Party aus ist. Immer Bros before Hose. Und das macht er gut. Oder Halloween oder irgendwie Fasching. Er geht sich kurz umziehen. Ist eine Stunde weg. Ist dann aber wieder da. Und voll bei den Jungs. Also Marc schlittert da auch oftmals so rein. Gar nicht absichtlich. Versteht ihr? Es gibt so Leute, die bauen sich so ein System auf. Okay, ich muss diese Woche viermal Sex mit verschiedenen Partnern haben. Und ich bin zwei Tage in Berlin und hier. Okay, dann baue ich mir das so. Tinder, Hinge, Instagram. Alles zusammengeballert. Aber das macht Marc nicht. Aber ich würde sagen, trotzdem ist Marc auf der einzelnen Bodycount. mal. Das macht es ja nicht so, ich würde sagen, es geht um. Ich würde sagen, es geht um. Vielen Dank.